Ich werde die Bombe re-cut. Wieder eins. Mutlich. Ich werde die Bombe re-cut. Ich werde die Bombe re-cut. Runde erfolgreich. Wir haben die Bombe entfärft. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Mh. Fuck, wo hinten. Im Haus oben ist einer. Bombe platziert. Hier liegt auf 1. Nein, doch. Achtung. Merdeck. Nein, liegt hier auf 2, liegt hier auf 2, liegt hier auf 2. Entschuldigung. Ein Fehler. Am Spot hinter den Kisten in der Ecke. Der kommt raus. Sauber. Runde erfolgreich. Wir haben die Bombe entfärft. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Der kommt raus. Deine Bewegung zu 1 feststellbar. Fuck, 2. Und das sind Merdeck. Der kommt hinter der Mauer. Mauer. Merdeck kommt auch. Den müssen wir schnell nicht retten wollen. Ja. Okay. Setzt. Wir gewinnen die Runde. Feindliches Team eliminiert. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Ernst. Beide Mitte. Zweite folgt. Jetzt. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Jupp. Tuben muss gelernt sein. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Bombe aufgehoben. Wann normalerweise wäre ich jetzt an der Tube gestorben. Aha. Wieder selber. Aha. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Hat noch keinen Kill. Musst du aufholen. Bring die Bombe an. Wohin? Ernst du? Runde beginnt. Bombe aufgehoben. Hm. Gehen wir mal ein Schatz. Der Bombenträger ist überfordert. Alter. Dein Ernst? Hm? Na. Ich gerutscht bin und nicht durchs Loch gerutscht bin. Schau. Oh. Ich krieg ein Feind angezeigt. Bombe platziert. Oh. Ich kriege dich, gar nicht auf sie entdecke. Tome. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Ich kriege dich auf deinem Fall. Ich kriege dich. Oh. Und. Du bist ein. Wurde erfolgreich! Feindliches Team eliminiert! Mario! Kann ich mir aber nicht verkneifen! Ich habe eine Einstellung von Spazierkampen. Ich habe eine Einstellung von Spazierkampen. Ich habe ein Fuss für Spazierkampen. Ich kann es nicht so gut aufnehmen. Ich werde unter anderem es ein bisschen überlassen. Ich habe eine Einstellung von Spazierkampen.